ich habe ein tinnitus im auge ich sehe nur pfeifen leute ich wünschte ich will auch so ein richtiges tier im bett zum beispiel ein koala der schläft 20 stunden am tag ich will das auch so leute was ist das teuerste was ihr für eure küche gekauft hat und nicht funktioniert wir gehen heute an einen ort wo es so richtig schön teuer ist da können wir frühstücken ich möchte dass ich da richtig schön schick machst und schatz was sagst du zu unserem schönen teuren ausflug gerne immer wieder